Manchmal sagen Christen in der freien Welt, ich wünschte, es gäbe Erweckung in meiner Kirche. Dann schaue ich sie an und frage, habt ihr Zeit, euch um all diese Menschen zu kümmern? Was meinst du? Ich sage dann, das wird euch eine Menge kosten. Wenn es eine Erweckung gibt, wird es eure ganze Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Kirche in Kuba war dazu bereit. Herzlich willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen. Schön, dass ihr heute dabei seid, wenn wir wieder mit Ole Lilleheim sprechen aus Norwegen. Er ist Sprecher für Open Doors, Sprecher für die verfolgten Christen in aller Welt. Danke, Ole, dass du da bist. Es ist schön, hier zu sein. Ole, du hast berichtet, dass du 2013 in Kuba warst. Und Kuba ist so ein Sehnsuchtsland von mir und ich wüsste wirklich gerne von dir. Was hast du angetroffen? Wie war die Situation? Wie war die Atmosphäre? Wie war Kuba für dich? Es ist ein fantastisches Land mit einer reichen Geschichte. Wir fuhren nach Kuba, um Christen zu treffen. Es fing in den 60er Jahren an bis 1987. Sie hatten eine schwierige Zeit. Aber 1987 geschah etwas. Und zwar mit einem Pastor, der Johann hieß. Ich habe die Frau von Pastor Johann kennengelernt, als ich dort war. Im Jahr 87 hatte dieser Pastor eine Vision. Er sah die Karte von Kuba und er sah ein Kreuz, das über Kuba hing. Und dann plötzlich die Worte, Kuba para Christo. Das bedeutet Kuba für Christus. Und er dachte, wird das wirklich geschehen? Er verstand, das ist eine Vision von Jesus. Und Jesus wird etwas tun. Und im Jahr 87 veranstaltete er ein Gebetstreffen in seiner Kirche. Sie begannen, für die kommende Erweckung zu beten, weil er dachte, dass Jesus handeln wird. Sie begannen mit Gebetstreffen in dieser Kirche und sie haben gebetet. Und er erzählte vielen anderen von der Vision. So begann eine Gebetskette in Kuba. Sie teilten sich in kleine Gruppen auf und beteten jeweils eine halbe Stunde, den ganzen Tag, zweimal pro Woche. Sie haben gefastet. Sie fasteten und beteten für diese Erweckung. Wenn Menschen anfangen zu beten, passiert etwas. Ja, jetzt ist es natürlich schwierig, wenn du so ein großes Wort bekommst, Christus für Kuba. Und du denkst an so ein ganzes Land und du denkst an diese ganzen Schwierigkeiten, die vorher waren. Wie Menschen unterdrückt worden sind, wie Menschen einfach nicht Christen sein durften. Wie kommst du von so einer Vision in die Umsetzung? Du fängst an zu beten, aber was passiert dann? Die Menschen begannen zu beten. Und zu dieser Zeit gab es hunderttausend Christen in Kuba. Und diese Gebetskampagne breitete sich über ganz Kuba aus. Und in einer Kirche östlich von Havanna, in einer Stadt namens Madruga, begann ein Pastor zu beten, hielt Gebetstreffen in der Kirche ab und viele, viele Menschen kamen. Und er dachte, wenn so viele Leute kommen, können wir auch einen Gottesdienst abhalten. Also lud er einen alten Evangelisten ein, in dieser Kirche zu predigen. Danach gab es Gebetstreffen. Und die Leute kamen. Und eines Tages brachten sie einen gelähmten Mann mit in die Kirche. Und Gott hat diesen Mann geheilt. Dieser Mann stand auf. Es sprach sich schnell herum, dass in dieser Kirche etwas passierte. Also du meinst ja, er ist komplett geheilt. Also weißt du, weil manchmal gibt es doch solche Heilungsgottesdienste. Ja. Und Menschen stehen auf, von ihrem Rollstuhl zum Beispiel. Aber nachher sieht man, nee, das hat doch nicht so geklappt. Und sie kommen wieder zurück in den Rollstuhl. Und er war aber komplett geheilt. Ja, er war wieder gesund. Und als die Leute das sahen, sprach sich herum, dass hier Menschen geheilt werden. Und sie begannen, Kranke zu den Gottesdiensten in diese Kirche zu bringen. Und Gott heilte Menschen. Und so begann die Erweckung. Innerhalb eines Monats besuchten insgesamt 100.000 Menschen diese Kirche. Es war eine kleine Kirche mit 300 Plätzen. Und sie schafften es, 400 in den Gemeindesaal und 400 auf das Dach zu quetschen. Es waren also 800 Menschen, die der Predigt zuhörten. Und die Erweckung, für die sie gebetet hatten, begann hier. Es war erstaunlich. Sie breitete sich in vielen Kirchen aus. Gott hat hier in Kuba etwas bewirkt. Und wenn er das tut, braucht man Bibeln und Unterricht. Manchmal sagen Christen in der freien Welt, ich wünschte, es gäbe Erweckung in meiner Kirche. Dann schaue ich sie an und frage, habt ihr Zeit? Habt ihr Zeit, euch um all diese Menschen zu kümmern? Was meinst du? Ich sage dann, das wird euch eine Menge kosten. Wenn es eine Erweckung gibt, wird es eure ganze Zeit in Anspruch nehmen. Aber die Kirche in Kuba war dazu bereit. Sie sagten, wir werden uns darum kümmern. Aber sie hatten nicht erwartet, dass so viele kommen würden. Ich würde gern ganz kurz nochmal vorher etwas fragen, bevor diese Erweckung kam. Du hast gesagt, dass Christen sehr verfolgt wurden. Wie kam es zu diesem Drängen, wir brauchen Erweckung? Was war die Situation? Ein Pastor betete zu Gott. Er betete Gott, wie soll hier eine Erweckung entstehen? Und Jesus sagte ihm, setz dich mit Pastor Eusebio in Verbindung. Und dieser Pastor sagte zu Gott, aber ich kann mich nicht mit Eusebio in Verbindung setzen. Er lebt in Kanada. Er hat Kuba verlassen. Ich kann mit diesem Mann keinen Kontakt aufnehmen. Dieser Pastor Eusebio lebte in Kanada und Bruder Andrew, der Gründer von Open Doors, hatte ein Treffen in Kanada mit unserem dortigen Open Doors Team. Und bei diesem Treffen tauchte Pastor Eusebio auf und sprach darüber, was gerade in Kuba geschieht. Es ist ein sehr schwieriges Land, aber es ist notwendig, dass Menschen dorthin gehen und die Christen ermutigen und Bibeln mitnehmen. Was war die Schwierigkeit in Kuba? Also Bibeln haben gefehlt, aber wie hat der Staat reagiert auf Christen? Es war ein kommunistisches Land. Und die Kommunisten sagten, es gibt keinen Gott. Und wir mögen die Kirche nicht. Ihnen gefiel nicht, dass sich Menschen in der Kirche versammelten und eigentlich hatten sie Angst vor den Christen. Denn wenn diese mehr wären, könnten sie einen Aufstand organisieren. Das würden die Christen dort niemals tun. Trotzdem haben die Kommunisten, die Partei und die Polizei sie stark verfolgt. Aber Eusebio sagte, bitte fahrt nach Kuba. Und zwei Frauen waren bei diesem Treffen und sie gingen zu Open Doors. Sie sagten, wir wollen nach Kuba fahren. Und er sagte, richtet bitte Grüße von mir aus. Geht zu diesem und jenem Pastor. Dabei handelte es sich um den Pastor, der gebetet hat, Gott, wie soll ich mit Eusebio in Kontakt treten? Und als er morgens betete, hörte er ein Klopfen an der Tür. Er öffnete und die beiden Damen standen draußen. Es war tatsächlich derselbe Morgen, an dem Gott ihm sagte, nimm Kontakt mit Eusebio auf. Und diese beiden Damen fragten ihn nach seinem Namen, er nannte ihn und sie antworteten, wir haben Grüße von Pastor Eusebio. Und da wusste dieser Mann, dass Gott hier etwas tun wird, wenn wir mit Jesus reden. So fing es an. Dann traf ich die Frau von Pastor Johann, der diese Gebetstreffen ins Leben gerufen hat, und sie sagte, Wir sind noch nicht fertig, wir sind bereit, den Preis zu zahlen. Und sie zahlen einen Preis in Havanna. Dabei sind sie viel freier. Aber weiter im Süden Kubas ist es immer noch schwierig. Hast du jemals was davon gehört? Du hast ja vorhin erwähnt, wenn Erweckung kommt, dann ist man all in. Dann ist man einfach total drin und man lässt sich mittragen. Ich denke manchmal, hier in Deutschland, müssen wir das noch machen oder müssen wir das noch irgendwo hinschleppen, in den Kirchen und so. Es ist ein bisschen mühsam. Hat Erweckung so einen Schwung reingebracht, dass jeder sowieso gesagt hat, ich mache einfach. Ich bin 24 Stunden da. Einige Leute taten das. Sie waren mit Herz und Seele dabei. Denn wenn man Jesus begegnet, dann verändert das einen. Wenn man dann merkt, dass er alles für einen gegeben hat, wollen viele Menschen auch alles für ihn geben. Und das Ergebnis der Erweckung von 1987 war, in Kuba gab es etwa 100.000 Christen. Im Jahr 1991, vier Jahre später, gab es eine Million Christen. Und wir von Open Doors fragten uns, ist das wahr? Der ehemalige Direktor von Open Doors Lateinamerika, Hector Tames, hörte von den Gerüchten über diese Erweckung. Er sagte, ich muss dorthin fahren und sehen, ob das nur erfunden ist oder ob es wahr ist. Und er ging hin und sah es und kam begeistert zurück. Er ist Mexikaner und er sagte, es passiert wirklich. Wir müssen sie unterstützen und ihnen Bibeln bringen. Ich weiß, dass Open Doors eine Menge Bibeln gebracht hat. Aber als ich 2013 dorthin geschickt wurde, war meine Aufgabe zu sehen, ob sie immer noch Bibeln brauchten. Wir landeten in Havanna und mussten am ersten Tag in einem Hotel übernachten. Und dann fuhren wir in die Stadt, um in einer Casa Particular zu übernachten. Das heißt, in einer privaten Ferienwohnung. Wir mussten ein Taxi in die Stadt nehmen. Ich spreche kein Spanisch, aber mein Kollege schon. Und er unterhielt sich mit dem Fahrer. Der Fahrer war ein Mann in seinen 60ern. Und plötzlich hörte ich ein vertrautes Wort. Halleluja. Ich fragte meinen Freund, hat er Halleluja gesagt? Ja. Kannst du ihn fragen, ob er Christ ist? Und er fragte ihn und er sagte ja. Dann sagte ich, frag ihn bitte, ob er eine Bibel hat. Und er fragte, haben Sie eine Bibel? Er sagte, wir haben eine Bibel in der Kirche. Ich kann sie lesen, wenn ich in der Kirche bin. Aber ich hatte noch nie eine eigene Bibel. Ich muss in die Kirche gehen und mir eine ausleihen, aber ich hatte nie eine eigene. Und er war in seinen 60ern. Also nahm ich ein Paket aus meinem Rucksack. Wir hatten Bibeln in Geschenkpapier eingepackt. Ich legte es auf den Beifahrersitz und sagte, hier, das ist ein Geschenk von mir. Und er fragte, was ist das? Und wir sagten, das ist eine Bibel. Und dann ging das Halleluja wieder los. Er war 60 Jahre alt und schon lange Christ, aber hatte nie eine eigene Bibel. Und ich sagte zu meinem Freund, wir können nach Holland zurückkehren und sagen, dass die Kubaner Bibeln brauchen, weil sie nicht genug haben. Ja, jetzt würde mich noch interessieren. Du sagst, es kam Erweckung. Und Erweckung ist ja so ein Wort, mit dem man etwas anfangen kann oder weniger anfangen kann. Aber wie sah das in der Realität aus? Wie hat sich Erweckung gezeigt? Was ist passiert? Du hast erzählt von dem einen Mann, der wieder gehen konnte, der gelähmt war. Hast du noch andere Wunder, die passiert sind? Als die Leute in die Kirchen kamen, sagte der Pastor, mit dem alles begann, sie kamen in meine Kirche und fingen sofort an zu weinen, weil der Heilige Geist so präsent war und sie merkten, dass Gott hier ist. Als ich das hörte, dachte ich, ich wünschte, das würde auch in meiner Kirche passieren. Aber nochmals, es begann mit vielen Menschen, die auf ihren Knien zu Gott beteten. Die Erweckung beginnt mit den Christen. Die Christen müssen bereit sein, einen Preis zu zahlen. Wir sind bereit, unsere Zeit zu nutzen, weil Gott etwas gesagt hat. Aber Gott ist wunderbar. Er könnte das alles allein tun. Aber Gott lädt sein Volk ein. Schließt euch mir an, betet dafür, und ihr werdet sehen, es wird geschehen. Und dann könnt ihr erleben, dass ich ein lebendiger Gott bin, denn ich kann alles verändern. Weißt du, manchmal sagen wir, Jesus ist gestorben. Er ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Diese Auferstehungskraft ist dieselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wo hat sich das gezeigt in dieser Erweckung? Was haben die Menschen erlebt? Wie ich schon sagte, sie werden verändert. Aber diese Erweckung hat auch ihren Preis. Und viele Pastoren kamen und beschlossen, wir werden der Kirche dienen. Sie dienten der Kirche, aber sie hatten kein Einkommen. Wir beschlossen, in eine kleine Stadt zu gehen, und Gott führte uns zu einem Ehepaar. Wir kannten das Ehepaar und wollten sie besuchen. Wir gingen also zur Tür, und als die Frau die Tür öffnete, sah sie uns nur an, lächelte und sagte, Kommt herein. Wir waren etwas erstaunt, denn eigentlich sind sie eher vorsichtig. Aber diese Dame schaute uns an und sagte, kommt rein. Wir gingen rein, und sie erzählten, wir sind von Havanna hierher gezogen, um diese Pastoren zu unterstützen, die während der Erweckung hier angefangen haben. Aber sie hatten kein Einkommen. Sie schafften es gerade so und stellten Würste her. Diese gaben sie den Pastoren und sagten, ihr könnt uns die Kosten erstatten, aber wenn ihr sie verkauft, könnt ihr Geld und einen Lebensunterhalt verdienen. Sie hatten eine Vision. Aber sie waren so müde geworden, dass sie sagten, nichts hat hier Erfolg. Und wir sind so müde. Wir schaffen es nicht. Aber dann sagte die Frau, lasst uns etwas erzählen. Im Dezember haben wir beschlossen, nach Havanna zurückzugehen. Und dann kam eine Dame zu uns und sagte, es werden zwei Männer aus dem Ausland zu euch kommen. Und sie werden einen großen Unterschied für eure Vision machen. Es war vor zwei Wochen. Am 13. Januar kamen wir. Sie sagte weiter, ich glaube, sie meinte euch. Mein Freund und ich, wir fingen an zu weinen. Uns kamen die Tränen. Denn wenn man für den Herrn unterwegs ist und so etwas hört, dass man wirklich von Gott gesandt ist, das ist bedeutsam, ja. Und wir weinten und sagten, Gott, was sollen wir tun? Wir wussten nicht, was er von uns erwartete. Aber dann sagten sie, wollt ihr die Pastoren besuchen? Und so führten sie uns herum und brachten uns zu den Pastoren, die dort lebten. Ein Pastor musste jede Woche umziehen, weil die Behörde die Vermieter zwang, die Bewohner rauszuwerfen. Und sie mussten dann jede Woche umziehen. Aber sie sagten, wir werden nicht aus dieser Stadt ausziehen. Wir trafen diese Leute und sie erzählten, sie hätten kein Einkommen. Normalerweise geben wir bei Open Doors kein Geld. Geld ist nicht die Lösung. Aber Gott erinnerte uns daran, dass wir welches dabei hatten und sagten, Jesus hat uns gesagt, wir sollen es euch geben. Wir gaben ihnen das Geld. Um es kurz zu machen, nach ein paar Jahren haben wir immer noch Kontakt zu ihnen. Sie haben uns eine Nachricht geschickt. Das Geld, das ihr uns gegeben habt, ist jetzt zu einem großen Projekt gewachsen. Was haben sie getan? Sie kauften Ferkel und fingen an, sie zu züchten. Und sie gaben die Ferkel den Pastoren und die begannen sie zu züchten. Und jetzt haben sie ein Einkommen durch die Aufzucht der Ferkel und den Verkauf des Fleisches. Und sie können davon leben. Und sie sagten, das ist so ein Segen und er kam durch euch. Wir sagten, das kommt von Gott. Wenn man so etwas erlebt, wird man sehr demütig. Es geht nicht um mich, nicht um meinen Freund. Es geht um Gott. Und manchmal müssen wir gehorsam sein und gehen. Und dann ist man erstaunt, dass wir einem lebendigen Gott dienen. Ich finde es eine gute Geschichte, weil sie auch zeigt, normalerweise mit so vielen Menschen, die zu Jesus gefunden haben, Entschuldigung, könnte man sagen, ja, natürlich geben sie alle zu den Pastoren. Aber die Kultur muss sich ja erst einmal verändern. Und dann ist es wirklich ein wunderschönes Beispiel dafür. Möchtest du am Schluss der Sendung beten, dass Kuba genügend Bibeln hat, dass weiter diese Erweckung stattfinden kann? Gerne. Danke, Jesus, für unsere Brüder und Schwestern in Kuba. Du kennst Alida, du kennst Rebekah, du kennst Pedro, Vater. Du kennst alle diese Menschen, die dir dienen. Danke Gott für das Engagement, das sie haben. Und ich danke dir, dass du ihnen alles gibst, was sie brauchen, um die Aufgabe zu erfüllen, zu der du sie berufen hast. Und ich danke dir für die Treue, die sie zeigen. Sie haben nicht viel Geld, aber sie haben Vertrauen in dich. Und ich danke dir für das, was du in Kuba getan hast. Du weißt, dass aus 100.000 eine Million Christen geworden sind. Und du weißt auch, Herr, dass die Bibelgesellschaft in diesem Land tausende von Bibeln in ihrem Lager hat. Wir bitten dich, Gott, öffne Türen, damit die Bibelgesellschaft die Bibeln an die Christen verteilen kann. Herr, wir danken dir, dass du bei der Erweckung in den 80er und 90er Jahren eine Einheit unter den Gläubigen geschaffen hast. Und wir beten, dass dies so bleibt, Vater. Und wir bitten um Segen für die Pastoren, dass sie ein Segen werden. Genau wie die Christen ein Segen sind dort in Kuba. Amen. Amen. Herzlichen Dank, Ole, dass du uns mitgenommen hast nach Kuba. Wir werden auch das nächste Mal noch in Südamerika bleiben. Wenn du magst, schalte dich gerne wieder zu. Tschüss. Wollen auch Sie verfolgte Christen unterstützen? Werden Sie Open Doors Gebetspartner und erfahren Sie monatlich durch unser Open Doors Gebetsmagazin mehr über die Situation verfolgter Christen weltweit. Jetzt auf unserer Homepage bestellen. www.opendoors.de slash magazin das G Zac